Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video hier auf meinem Kanal. Hier seht ihr die erste Person, die heute von mir die 1000 V-Bucks bekommt. Ich verschenke ja aktuell jeden Tag 1000 V-Bucks und morgen geht's weiter. Also falls ihr auch ein paar V-Bucks gewinnen wollt, dann einfach wie ihr jetzt hier mir ein Foto schicken, wie ihr den Creator-Code-Soxy eingetragen habt, dann könnt ihr da auch hier jeden Tag 1000 V-Bucks gewinnen. Und jo, wir schauen uns jetzt natürlich wie jeden Tag gemeinsam den heutigen Fortnite-Shop an. Also klicken wir direkt mal oben drauf. Let's go! So, und zwar soll es heute, glaube ich, was ziemlich krasses drin geben. Oh, lol! Okay, das übertrifft alle meine Erwartungen. Das Kratos-Paket. Ist das nicht aus diesem einen Game? Wie heißt denn das Game? Äh, God of War? Warte, ich muss kurz nachschauen. Ja, ja, ich hatte recht, lol. Es heißt wirklich God of War. Das ist eins zu eins der Charakter. Muss auch, weil guck mal, hier oben steht sogar da Gaming-Legendenreihe. Das ist eine neue Seltenheit, die es jetzt gibt. Ich kann mir vorstellen, dass dann jetzt wohl aus verschiedenen Videospielen, dass dann dort jetzt einfach Skins in Fortnite kommen werden. Er hat auch einen... Was hat er denn für einen heftigen Backpack? Einfach einen Kopf. Einfach einen abgehackten Kopf. Okay, das ist aber ziemlich krass für Fortnite. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. 1500 V-Bucks kostet er und der schaut mega, mega heftig aus. Krasser Skin auf jeden Fall. Dazu noch eine Axt, eine Hacke mit einem integrierten Emote. Okay, das gab's ja auch noch nie. Die schaut jetzt mal mega heftig aus. Und dazu noch ein Emote. Die Leviathan-Axt befestigt ihre eisigen Kräfte beim Abbauen. Okay, das klingt wirklich mega heftig. Kostet insgesamt 1000 V-Bucks. Auch relativ selten, dass wir was für 1000 V-Bucks im Shop haben. Und dann auch noch einen... Ist das ein Backpack? Nein, das ist ein Gleiter. Das Wächterschild. Auch ein geiler Gleiter. Gefällt mir. Alles ein bisschen teurer, aber insgesamt kostet es dann nur 2200 V-Bucks. Okay, dann würde ich sagen, statt dass ich heute nur 1000 V-Bucks auch nicht verschenke, verschenke ich dann gleich hier dieses Großpaket, das hier für 20 Euro, dass ihr euch dann hier dieses Paket holen könnt. Also wenn ihr heute die 2800 V-Bucks gewinnen wollt, wie gesagt, einfach nur den Credit Code SNOX hier eintragen, davon mit eurem Handy ein Foto machen und mir als private Nachricht auf Instagram senden. Auf Instagram heiße ich einfach nur SNOX, genauso wie auf YouTube. Da schickt ihr mir einfach als private Nachricht dieses Foto hin und alle, die mir das bis heute Abend schicken, können dann heute hier die 2800 V-Bucks gewinnen und sich zum Beispiel hier dieses Paket holen. Oder auch was anderes, weil es ist noch mehr drin, das Finsterherz-Set wollte ich gerade sagen, aber der Finsterherz-Skin mit diesem Backpack, ja, würde ich mir eher nicht holen. Die Hacke, weil es gibt es ja schon in normal, finde ich ein bisschen schade, dass das nicht einfach ein neuer Style ist, sondern nochmal 1500 V-Bucks ist mir persönlich zu teuer. Auch die Kaukubi-Bomberin, nee, ist eher nicht so mein Fall. Auch die ganzen Items dazu. Warum habe ich den? Ah ja, wegen dem Spezial-Effekt hier. Ja genau, der platzt dann so. Das finde ich ganz cool. Die Lackyung habe ich irgendwie auch. Keine Ahnung, ob ich die habe. Ich weiß es nicht. Dann Überschall, der Skin, wo der Backpack so ein, äh, ja, die Kids seht, die ihr habt gerade aktuell. Dann die Gesandte, auch einen schönen Preiswert, der Skin. Oh, der Miao-Song. Okay, den zeige ich euch ganz kurz, weil der ziemlich geil ist. Ähm, Musik anmachen. Eine der wenigen Musik, die ich sogar gekauft habe. Achtung, Achtung. Oh nein, ihr hört nichts. Oh nein, mir fällt jetzt erst auf, dass der Sound vom Game gemutet war. Wow, okay. Ja, super, dann wird es wohl jetzt schwieriger. Alright. Arme Cat. Genau, so hört sich die Musik an. Und warte, dann muss ich auch nochmal unbedingt zeigen, wie sich hier das Ding anhört. Ja, das hört sich so an. Und das ist der Gleiter. Der hört sich so an. Ja, nur, dass ihr Bescheid wisst. Okay, das war jetzt ziemlich Fail. Aber, ja, ich glaube, ich habe das Wichtigste eigentlich gezeigt. Hier die Hacke, kann ich mal zeigen, wie die klingt. Genau, das ist der Sound. Und ansonsten, diese Hacke hier hat auch noch einen Sound. Genau, dann wisst ihr jetzt auch, wie die klingt. Ähm, dann machen wir weiter mit den Emotes. Gut, dass ich das vorher vor den Emotes bemerkt habe. Dass der Sound gemült war. Genau, Huf zur Schlacht. Dann Elektro-Swing. Ding. Ja, auch ein nicer Emote. Knacks. Ein zweiter Wibugs. Schön preiswertige Emotes. Und genau, diese haben von gestern sind immer noch drehen. Bette Pass. Ich glaube, ich werde mir dieses Crew-Paket hier holen. Ich glaube, das lohnt sich schon. Ähm, und sonst war das schon der Shop von heute. Wirklich ein mega krasser Shop. Also Kratos. Sehr, sehr heftiger Skin. Gefällt mir. Und falls ihr euch den heute holen wollt, wie gesagt, ich verschenke heute noch ein paar Wibugs. Wenn ihr da Wibugs gewinnen wollt, einfach nur Credit Code Snogsy eintragen. Und mir davon ein Foto auf Instagram senden. Bis heute Abend geht das also. Nehmt ihr auf jeden Fall teil. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen früh wieder zum nächsten Shop-Video. Heute gibt es keinen Stream. Dafür morgen ein Special-Stream. Vielleicht sogar zwei Streams. Ihr könnt gespannt sein. Und dann schreibt mir noch schnell das Foto vom Credit Code Snogsy. Ich warte auf euch. Und bis dann. Tschüss. Tschüss.